Let's Play Linux Folge 1. Diesmal geht es um Basic Textausgabe und damit wir das mit dem Text lesen und schreiben verstehen, versuchen wir uns auch ein bisschen in Textkodierung einzulesen. Dazu habe ich mich schon mal eingeloggt. Bin also mit Bandit 0 eingeloggt, mache mir ein bisschen Platz. Und wenn wir jetzt hier in die Spielbeschreibung gehen, steht hier auch schon, dass das Passwort in einem File called readme in dem Home Directory gespeichert ist. Und wir sehen hier unten auch schon ein paar Hilfsmittel, die wir vielleicht benutzen müssen. ls, cd, cut, file, do und find. ls kennen wir ja schon, cd kennen wir auch schon. cut lernen wir jetzt kennen, die anderen brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. Aber wir benutzen mal den dritten, damit wir jetzt auch schnell weiterkommen. Aus dem letzten Level wissen wir schon, dass ls uns die Dateien auflistet. Und das klappt ja auch schon super, denn da ist genau die Datei, die wir auch brauchen. Und wir wissen ja schon, dass wir vermutlich den Befehl cut benutzen müssen. Den können wir uns jetzt auch mal angucken, einfach in der Dokumentation. Machen cut. Sehr gut. Man kann damit Verschiedenes machen, vor allem wird es aber dazu genutzt, um Dateien einfach in die Standardausgabe auszugeben. Die Standardausgabe ist in dem Fall das Terminal. Wir sehen also auf dem Display dann den Inhalt der Datei, wenn wir einfach nur am Ende hinten den Dateinamen angeben. Und das können wir jetzt auch mal ausprobieren mit q und probieren einfach jetzt cut und dann den Namen der Datei. Enter. Wow, das scheint das Passwort zu sein. Und um vorzugreifen, ja, das ist auch das Passwort. Ging ja relativ einfach. Um jetzt einfach mal tiefer zu gehen, könnte man sich jetzt fragen, wie macht dann Cut das? Im Computer werden Sachen ja in Bits geschrieben. Aber wie passiert dann die Übersetzung von Bit in Buchstaben? Bits sind ja nur Nullen und Einsen und wir brauchen im Grunde ein komplettes Alphabet, Buchstaben, Zahlen und Umlaute. Und um das zu verstehen, können wir uns jetzt mal einfach die Datei im Genauen angucken. Was wir da machen können ist, wir können den Befehl xxd benutzen. Der xxd-Befehl zeigt uns den Inhalt in Hex-Schreibweise, in Oktal oder in Binär, standardmäßig in Hex, mit der Option Bindestrich B als Bit. Wir können mal kurz reingucken, wir gehen mal runter und da steht auch Bindestrich B für Bindestrich Bits. Das Input-File kommt hier hin, davor die Option. Das probieren wir einfach mal aus, cool. Also xxd-B und dann readme. Enter. Wow, wir sehen hier rechts auch schon die Anzeige als Buchstaben, was ja das Passwort ist. Vielleicht erfahren wir mehr darüber in der Anleitung. Da gehen wir nochmal rein. Und weiter runter. Gut, hier steht jetzt nichts Genaues, was das bedeutet. Vermute steht es oder ich habe es einfach nur übersehen. Wir sehen hier aber das Stichwort ASCII. Und genau das ist jetzt auch für uns vor Bedeutung. Geh nochmal raus. Und zwar sind das hier die Bits in der Datei. Also die wirklichen Bits, die auf der Festplatte gespeichert sind, auf normalen Festplatten als magnetisches 1 oder 0 oder im Flash speichern oder wo auch immer es sind, auf jeden Fall Bits. Wir können jetzt auch Löcher ausstanzen und jedes gestanzte ist eine 0, jedes nicht gestanzt ist eine 1 oder eben andersrum. Und dann wieder zurück eingeben. Und dann haben wir auch dieselben Bits. Und für die Darstellung von Buchstaben hat man sich dann einfach einen Standard überlegt. Und gesagt, dass eine bestimmte Bitkombination immer einen entsprechenden Buchstaben repräsentiert. Oder eben eine Zahl. Und das Ganze hat man dann amerikanischen Standard zum Informationsaustausch genannt. In der Kurzform ASCII. Und dann einfach mal Bitkombinationen Buchstaben zugewiesen. Wenn wir hier weiter runter gehen, dann sehen wir auch die Bitkombinationen. Hier sind Zahlen und Buchstaben. Also würde die Kombination 1, 0, 0, 0, 0, 1 ein großes A sein. Ein kleines A hingegen wäre ein 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Und immer wenn diese Kombination auftaucht, dann weiß das Programm, oh, dann stelle ich das mal jetzt als großes oder als kleines A da. Und genau das passiert jetzt hier auch bei CAD. Genauer gesagt gibt es ja noch einen Zwischenschritt. Und zwar hat das Terminal auch noch was damit zu tun. Eigentlich interpretiert das Terminal die Bits und zeigt sie mir an. Zurück zu ASCII. Und zwar werden wir uns diesen Binärcode nochmal genauer angucken. Und die Liste runter scrollen. Hier oben sind quasi Sonderzeichen, beziehungsweise das sind Steuerungszeichen. Und hier sind Printable Characters, also Buchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. Und wenn wir die Liste runter scrollen, dann haben die alle bloß 7 Bits. Das bedeutet also, dass man 7 Bits zur Verfügung hat, die Buchstaben darzustellen. Wenn man sich aber überlegt, wie viele Kombinationen man aus 7 Bit bilden kann, dann sind das aber nur 128. Mit 128 kann man vermutlich nicht alle Buchstaben auf der ganzen Welt darstellen. Und genau das sehen wir auch hier. Diese Liste endet jetzt bei 126. Und hier sind erstmal die ganzen Buchstaben drin. Dann gibt es auch noch ein paar Sonderzeichen. Weiter oben die Steuerungszeichen gehen bis 31 von 0 an. Und das letzte ist die 127 für Delete. Das macht mit 0 128. Und wir sehen hier in der Liste auch keine Umlaute, also keine Ös. Ist natürlich ziemlich blöd für uns Deutschen jetzt zum Beispiel mit unseren Umlauten. Es gibt natürlich auch noch viele andere Sprachen, die viel mehr Sonderzeichen haben. Sowas wie Griechisch, Hebräisch, Türkisch. Da gibt es überall Sonderzeichen, die auch irgendwie dargestellt werden müssen. Da gibt es auch eine interessante Geschichte dazu. Und zwar hat man schon in der Anfangszeit versucht, diese 7 Bit auf 8 zu erweitern. Weil man mit 8 Bit einfach besser rechnen kann, weil es eine gerade Zahl ist. Da hat man sich aber dagegen entschieden, weil man in der Zeit gar nicht daran gedacht hat, einfach Umlaute dann zu benutzen. Sondern einfach nur das aufzurunden. Das hätte bedeutet, dass eine von den Stellen immer 0 gewesen wäre, die man aber immer mit übertragen hätte müssen. Und das wären dann mehr unnötige Daten zu einer Zeit, in der ja, es gab ja nicht mal Modem. Also jedes einzelne Bit war kostbar. Deshalb hat man sich dann dagegen entschieden. Und dann hat man erst 1983 sich entschieden, jetzt eine Erweiterung dafür zu schreiben und dieses 8. Bit noch zu benutzen. Also aufzurunden auf Runde 8 und das neue Bit dann dazu benutzen, auch mehr Buchstaben darstellen zu können. Dieser Standard nennt sich dann ISO 8859-1. Kurz sagt man dazu oft Latin 1. Dieser ISO 8859-Standard ist eigentlich eine Erweiterung zu ASCII. Und deshalb gibt es da auch verschiedene von. Wie man hier rechts sieht, gibt es hier minus 1, minus 2. Es gibt hier quasi 16 Erweiterungen. Und auch in der Liste sieht man für verschiedene Orte. Und das liegt daran, dass man ja quasi ein Bit mehr hatte. Aber dieses eine Bit immer noch nicht gereicht hat, um alle Buchstaben auf der ganzen Welt darstellen zu können. Deshalb hat man sich erstmal dazu entschieden, quasi den Bindestrich 1-Standard dazu benutzen, den Latin 1, um alle europäischen Buchstaben darstellen zu können. Wie man hier sieht, sind dann auch griechische Buchstaben dazugekommen, türkische und auch unsere deutschen Umlaute. Das sind noch nicht alle. Das sind aber erstmal so Standardbuchstaben, mit denen man so halbwegs klarkommt. Und um dann die Landessprachen vollständig darstellen zu können, da gibt es ja nochmal jeweils lokale Untererweiterungen. Das kann dann aber auch zu interessanten Problemen führen. Das sieht man, wenn man sich hier mal anguckt, wofür das zusätzliche Bit jeweils genutzt wurde. Und zwar sind das die Buchstaben, die man zusätzlich hat bei Latin 1. Und wenn man runterscrollt, dann sieht man, dass die Buchstaben sich extrem verändern. Hier sieht man zwar, dass einzelne Buchstaben sich wiederholen. Das Ü zum Beispiel ist immer an derselben Stelle. Aber andere verändern sich. Hier Russisch zum Beispiel. Und das sieht man genauer, wenn man sich die einzelnen Charactersets anguckt. Hier ist die Erweiterung für Griechisch. Und da ist die Stelle F0 zum Beispiel das kleine Pi. Wenn man sich dagegen Latin 1 anguckt, ist an derselben Stelle ein komplett anderer Buchstabe. Und zwar das kleine Ed, was auch immer das für ein Buchstabe ist. Aber der ist da. Das bedeutet, wenn jetzt jemand aus Griechenland, der seinen Computer installiert hat, und dann standardmäßig auch die griechischen Buchstaben benutzen möchte, dann stellt er auch auf seinem Computer das Zeichenset für Griechisch ein, damit er seine Textdateien lesen und speichern kann. Wenn der mir jetzt also eine E-Mail schreibt mit seinem Characterset 8859-7 für Griechenland und er mir die schickt, dann kann es sein, dass die Buchstaben bei mir ganz anders ankommen. Bei E-Mail geht es vielleicht noch, aber einfach so eine Textdatei auf einem USB-Stick wäre schon problematisch. Weil ich die dann öffne auf meinem Computer mit meinem Texteditor hier in Deutschland, der auf Latin 1 eingestellt ist. Und der würde dann statt des kleinen Pi diesen Buchstaben hier angezeigt bekommen. Und um das Problem dann zu umgehen, hat man die Gruppe Unicode entwickelt. Die Unicode Zeichengruppe soll alle Buchstaben auf der ganzen Welt beinhalten. Inklusive Emotions, Smileys, super krasse Sonderzeichen und auch vor allem diesen asiatischen Zeichensatz, der nochmal viel mehr Buchstaben enthält, als wir uns überhaupt vorstellen können. Nochmal die kleine Anmerkung zu Gruppen und einzelnen Zeichensätzen. Der ASCII-Code ist ein einzelner Standard, während Latin 1 zu einer Gruppe gehört. Latin 1 wird auch oft im Zusammenhang mit ANSI erwähnt. ANSI ist in dem Fall auch die Erweiterung, ist also dasselbe. ANSI ist aber auch die Obergruppe. Bei Unicode gibt es auch unterschiedliche Zeichensätze. Heute wird vor allem Unicode 8 benutzt und damit sollten sich eigentlich alle Buchstaben darstellen lassen. Hier können wir mal runtergehen und hier steht auch, wir haben hier über eine Million verschiedene Möglichkeiten. Das hier ist auch spannend. UTF-8 ist variabel in der Länge und was man hier macht ist, dass die führende Stelle normalerweise 0 ist, wie bei ASCII ja auch. Da waren es ja ursprünglich nur 7 Bit. Man hat ja dann bei der Erweiterung von ANSI bzw. diesem Standard 8.8.5.1 hat man ja die führende 0 einfach genommen und dann damit noch weitere Buchstaben kodiert. Was man bei UTF-8 jetzt macht ist, man nutzt diese 8. Stelle als Indikator dafür, ob jetzt ein UTF-8-Zeichen kommt. Das sieht man hier ganz gut. Und zwar mit einer führenden 0 sagt man, das hier ist jetzt ein ASCII-Code. Also dieser Buchstabe, der mit einer 0 am Anfang ist, das ist ein ASCII-Buchstabe. UTF-8 ist also rückwärtskompatibel zu ASCII. Allerdings benutzt man dann die führende 1 dazu, um anzudeuten, hier kommt jetzt UTF-8 und alle weiteren, die mit einer 1 anfangen, sind dann wirklich UTF-8-exklusive Sonderzeichen bzw. Umlaute und Smileys und was auch immer. Das bedeutet aber auch, dass die ursprüngliche 8. Stelle für ANSI, die da genutzt wurde, nicht mehr rückwärtskompatibel zu UTF-8 ist. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. Hat man seinen Computer auf UTF-8 eingestellt, kann man also auch ASCII-Dateien öffnen ohne Probleme, aber keine ANSI-Dateien. Wir haben jetzt aber mit UTF-8 eigentlich alle Buchstaben, alle Zeichen, was auch immer, abgedeckt. Wenn man jetzt denkt, UTF-16 ist ja höher, höher ist immer besser, dann stimmt das nicht so richtig. UTF-16 ist auch rein von der Entwicklung älter und funktioniert auch ein bisschen anders. Man hat ja hier bei UTF-8 den Vorteil, dass man hier Variable in der Länge ist. Und im besten Fall hat man hier nur 8 Bit, um den normalen ASCII-Code anzuzeigen. Und man benutzt bei UTF-16 dann 16 Bit, um überhaupt einen Buchstaben anzuzeigen. Das führt dann dazu, dass normale Textdateien, die eigentlich nur ASCII-Code enthalten würden, automatisch von der Bitanzahl doppelt so groß werden würden, als wenn sie jetzt ASCII-codiert wären. Und der UTF-8, das ist also auch ein Grund, weshalb man das eigentlich nicht benutzen möchte. Wenn man jetzt noch tiefer geht, dann ist es wohl so, dass aber asiatische Buchstaben bei UTF-16 mit weniger Bit gespeichert werden als UTF-8. Das führt dann dazu, wenn man große Mengen irgendwie speichern möchte, dann möchte man darauf irgendwie achten. Aber wir benutzen UTF-8 überall und damit haben wir dann erstmal alle Buchstaben durch. Dann müssen wir das nur noch testen. Zurück im Terminal sehen wir jetzt also hier die Bit-Reihenfolge. Am Anfang hier ein B. Wir wissen ja schon, dass selbst wenn das jetzt hier UTF-8 kodiert ist, führende Nullen sagen, dass das hier ASCII-Code ist. Und wir sehen ja auch hier, dass es keine Sonderzeichen oder Umlaute gibt, sodass wir davon ausgehen können, dass das hier ASCII-Code ist. Und wenn wir zurückgehen in die ASCII-Tabelle und uns vorher einfach mal diesen Buchstaben hier kopieren und dann in der Tabelle danach suchen, hier oben ein Lerzeichen rein, dann sehen wir hier in der Tabelle, die ersten 8 Bit repräsentieren in der ASCII-Tabelle auch ein kleines B. Und genau das wird uns ja auch angezeigt, ein kleines B. So funktioniert also die Speicherung in ASCII und die Darstellung vor allem. Was ist jetzt mit UTF-8 mit Buchstaben, die eigentlich nicht in ASCII vorhanden sind, sowas wie Umlaute? Der einfachste Test wäre jetzt, dass wir einfach mal einen Umlaut in eine Textdatei schreiben und den ausgeben und dann mal gucken, wie die Bits in dieser Datei sind. Das machen wir so mit Echo und Ö. Da kommt jetzt ein Fehler. Argument 6. Könnten wir jetzt gucken. Um jetzt aber schnell mal zu demonstrieren, was wir uns eigentlich angucken wollten, gehe ich jetzt mal zurück auf meinen lokalen Computer und hier schreiben wir jetzt einfach mal ein Ö in eine Textdatei. Mit Echo, Ö und mit den schrägen Klammern können wir jetzt den Text, dieses Ö, in eine Textdatei umleiten. Die Textdatei nehmen wir jetzt hier mal so und Enter. Mit LRs angucken, da ist die Textdatei. Und mit Cut können wir jetzt die Datei ausgeben. Enter und da ist das Ö. Das sind jetzt also die Bits in der Datei, die wir gerade geschrieben haben. Die führenden Einsen hier vorne sagen uns, das hier ist ein UTF-8-Character und das hier scheint noch ein ASCII-Character zu sein, wegen der führenden Null. Dann gucken wir mal, was wir gerade geschrieben haben. Da hier vorne Einsen sind, muss das bedeuten, dass die hier zusammenhängen. Dann kopieren wir die und suchen die mal in der Liste. Und da sehen wir schon, das hier ist ein kleines Ö in UTF-8. Das ist doch schon mal super. Was war jetzt das hier? Am Ende steht noch sowas, das können wir auch einfach jetzt, wo wir wissen, was wir hier tun, können wir einfach schnell rausfinden, was das jetzt hier bedeutet. Wir suchen das einfach und sehen hier, das ist ein Control-Command. Am besten gehen wir nochmal in die richtige Liste für ASCII und suchen den hier. Und hier steht NL. NL ist ein Steuer-Kommando und das bedeutet New Line. Vielleicht sehen wir bei Wikipedia mehr dazu. Jo, da gibt es sogar einen richtigen Wikipedia-Artikel zu. Es hat hier verschiedene Bezeichnungen. EOL, das ist auch sowas, was man öfter hört, End of Line. Sagt also, hier ist jetzt die Zeile zu Ende. Ist auf jeden Fall wichtig für später. Merken wir uns. Gehen wir jetzt zurück. Was wir jetzt also auf dem komplizierten Weg rausgefunden haben, ist, dass unser Terminal hier die Daten in UTF-8 überträgt. Sonst wären ja hier keine führenden Einsen. Das Ö, das könnte man ja zum Beispiel auch in ANSI schreiben. Da bräuchte man dann gar nicht extra 16-Bit für. Um das zu testen, können wir jetzt einfach mal unser Terminal auf ANSI umstellen, also auf Latin 1. Dafür gibt es eigentlich immer Einstellungen hier. Stellen wir das auf Latin 1. Und wenn wir den Befehl jetzt nochmal machen, mit ECHO, Ö. Und jetzt. Enter. Mit Cut können wir das jetzt hier ausgeben. Enter. Und da sehen wir, das hat schon mal geklappt. Wissen wir ja auch. Denn ANSI oder Latin 1, wie es ja richtig heißt, kann ja auch Ös und andere Umlaute speichern, beziehungsweise darstellen. Wie sieht jetzt also die Datei aus? Ah. Ja, spannend. Jetzt haben wir dieselbe Information gespeichert, nämlich nur ein kleines Ö. Aber wir haben weniger in der Datei. Wir haben uns also quasi jetzt 8-Bit gespart. Das ist also auch der Grund, weshalb man UTF-16 nicht gerne benutzen möchte. Denn die Datei, die ist ja jetzt eigentlich auch bit-mäßig kleiner. Wenn man also von vornherein weiß, ich möchte sowieso nur ASCII-Zeichen einsetzen, dann ist es auch okay, einfach ASCII-Dateien zu schreiben. Wenn man jetzt Umlaute benutzen möchte, sollte man UTF-8 benutzen. Da ja UTF-8 nicht rückwärtskompatibel zu ANSI oder Latin 1 ist. Was wir jetzt aber auch sehen sollten, ist, dass wenn wir jetzt die Datei von gerade, die wir mit UTF-8 geschrieben haben, öffnen in diesem ASCII-Modus, dann sollten wir genau in dieses Problem der Inkompatibilität laufen und die Datei gar nicht darstellen können. Und genau das ist das Problem. Jetzt haben wir statt dem Ö hier was ganz anderes, was wir gar nicht haben wollen, weil wir die Datei vorher in UTF-8 geschrieben haben und jetzt aber plötzlich mit Latin 1 anzeigen wollen. Und diese Zeichen werden auch wahrscheinlich vielen bekannt vorkommen, denn das ist genau das Problem, in das man rennt, wenn man Webseiten von früher vor allem öffnen möchte, die dann in Latin 1 kodiert sind, also geschrieben sind, wirklich bit-mäßig, die man dann gar nicht richtig darstellen kann. Es gibt natürlich Methoden, das umzuwandeln. Dazu muss man dann aber vorher auch mal wissen, welche Datei das ursprünglich war. Deshalb gibt es auch, und das ist nochmal ein Exkurs, tada, in HTML. Deswegen sagt man auch eigentlich in HTML, was man da geschrieben hat, damit der Browser auch weiß, womit das zu tun hat und das dann auch gegebenenfalls umwandeln kann. Denn wenn man einmal weiß, was es ursprünglich war, dann ist es ja kein Problem, das auch anders darzustellen. Dazu muss man aber wirklich erstmal wissen, was man da getan hat. Und so wissen wir jetzt auf jeden Fall schon mal, was wir tun können, wenn wir so komische Sonderzeichen sehen, die wir gar nicht entschlüsseln können. Wenn wir uns die Datei auf Bit-Ebene angucken, dann können wir schnell rausfinden, was da passiert ist. Führende Einsen oder Nullen sind immer ein guter Indikator. Gut, wir haben das Passwort ja eigentlich schon in den ersten paar Minuten rausgefunden. Da loggen wir uns einfach nochmal in das nächste Level ein. Das war ja ganz einfach mit Cut, Readme, Enter. Da war das Passwort ja schon. Das kopieren wir uns schnell. Mit Exit können wir diese SSH-Session beenden. Exit, ausgeloggt. Und dann loggen wir uns mit dem neuen Benutzer ein für das nächste Level, Bandit 1. Enter. Wir werden nach dem Passwort gefragt. Das können wir jetzt einfach hier einfügen mit STRG-V. Enter drücken. Und wir sind verbunden mit Level 1. Ging ja richtig schnell. Ich freue mich aufs nächste Level. Mal gucken, was wir da lernen. Für Anmerkungen und Kommentare bin ich immer offen. Einfach Bescheid sagen. Abonnieren, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Um vor allem auch mir zu zeigen, dass das hier überhaupt interessant ist, was ich mache. Denn das ist relativ viel Arbeit. Und bis dahin viel Spaß mit Linux.